2017. Ja, das war schon ein gutes Jahr. Im Januar gab es die Metadex ABC, Metal Force und Paleozoic. Dann kamen Zodiac, 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 Zodiac und Zodiac. In September wurde Zodiac von Pendulum Magie abgelöst, jedoch nur für einen Monat. Denn dann kamen Spiral, Spiral und Spiral. Zum Jahr kann ich nur sagen GG.